Herzlich Willkommen zurück, Leute. Eine Runde Freitag der 13. mit Alex, Maru und TauTau. Hallo. Wir sind wieder alle Überlebende. Ich versuche übrigens die ganze Zeit Jason zu werden. Für eine schöne Folge. Aber es soll einfach nicht sein. Pekanek diesmal. Diesmal geht es um das große Haus. Jetzt machen wir nur die Sicherung schnell. Ich suche schon. Ich habe ja viel Glück. Ja, ich habe nicht viel Glück. Ah, aber jetzt habe ich gerade Walkie Talkie und Taschenbesser gefunden. Ja, eigentlich ist es ja auch schon. Oh, ne Bep. Lol. Ich habe auch Walkie Talkie. Oh, lol. Ich habe die Batterie. Fürs Telefon? Ne, ne, ne. Fürs Auto. Okay, ich habe Tommy Jarvis schon. Ich kann zweimal stun. Ich habe mega Glück gerade. Pekanek. Pekanek. Hatten wir eigentlich, als wir zusammen in der Beta gespielt haben, haben wir auch nur Ingame Voice benutzt, oder? Ja. Ja, okay. Müsste man vielleicht auch mal schauen. Später, fairerweise oder so. Aber plötzlich, wie wir die Solo-Runden gemacht haben, haben wir zusammen gespielt. Waren wir im TS? Waren wir im TS, ja. Ich glaube, da musst du für jeden Wert mal aufschreiben, wo das Haus meiner Mama ist, wo man sich da hingelaufen kann, als Frau. Mhm. Mhm. Man kann jetzt ihn töten. Dafür kannst du alles freuen, als dann. Aber, äh, sonst, äh, bei den internen Runden haben wir nur Ingame Voice benutzt. Ja, ja, interne Runden, klar. Das macht ja mehr Sinn. Das ist natürlich, äh, Leute, ich weiß, das ist natürlich dann ein bisschen blöd für den, für den Jason, ja, weil wir ja mit Ingame, äh, mit Teamspeak ja doch leicht im Vorteil sind. Wir wollen auch grad den Zweisitzer fertig machen. Zweisitzer? Dann hilft ihm nicht. Der ist ganz oben in den Norden, der Zweisitzer. Es macht keinen Sinn, den Zweisitzer fertig zu machen, weil du genau dasselbe dafür brauchst. Ja, außer die beiden Teamen und, äh, sind Anti-Bates. Ja genau, aber es macht keinen Sinn, sich auf den Zweisitzer zu konzentrieren, weil der Viersitzer genau dasselbe braucht. Fuck, ja, die Jason muss immer mehr. Bei mir auch, die sind immer im Auto. Bei welchem Auto? Hä? Ne, mit dem Zweisitzer-Auto. Also, automatisch zu war da? Ja, deswegen, weil ich bin da zu nah dran. Äh, wo seid ihr grade? Ah, ich seh's ja eh. Einfalls ins Auto bin ich. Irgendwann passt da. Ich versuche irgendwie jetzt mal in die Pekanek Lodge zu kommen. Kannst du mich leiten da du kurz mal, wo ich hin müsste? Zum nächsten Haus. Ich seh ja nicht, welcher du da bist. Ganz unten am Wasser. Rechts von mir ist ein Firecamp. Das nächste. Unten und oben ist. Weil, da musst du nach, äh, 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 nordwest. Ja, nordwest. Dann mach ich da drauf. Ich komm, ich komm die Hauptstraße runter. Wer ist da rechts von mir? Hey, haben wir ja jetzt schon Tommy? Ja, da bin ich gehoffert. Ja, da bin ich gehoffert. Ja, da bin ich gehoffert. Da ist ja keiner gestorben. Ah, das könnte dann der Rocker-Typ sein. Äh, am, am großen Haus ist da der Telefonkasten. Ja, ja, klar. Wir brauchen halt, äh, die Sicherung. Die Sicherung, ja. In der Pack and Egg Lodge ist das Telefon, äh, oft. Ich sag mal oft, ja. Ich würde auch immer sagen. Da. Ja. Ist hier in der Nähe jetzt bei der, äh, Mitte. Ich hab die Batterie in vier Sitze einbaut. Ja, gut. Ich frage mich nicht. Ach ja, stimmt. Wir können ja noch bringen. Schleichen bringt wirklich nichts. In dem Moment, in dem du halt sneakst, kann er dich mit dem Sense übersehen. Okay. Das heißt, ich schleiche die ganze Zeit, weil ich schleiche, wenn wir am höchsten essen. Ich hab die Batterie, äh, die Sicherung vom... Okay. Äh... Ja, ja. Ich hab's gehört, hab's gehört. Das heißt, du meinst... Bei mir ist der Strom auf. Der ist überall aus. Wo, wo ist dann im Haus... Nee, der ist eigentlich aus Kasten für mehrere Sachen, ist das. Leute, wo ist dann im Haus das Telefon? Äh, oben und dann, glaube ich, nach links gehen. Wenn du ins Haus hoch gehst, musst du links, bis du kurz vor dem Balkon stehst. Okay. Ey, das mit dem Strom ist auch ziemlich creepy. Ich hab Benzin gefunden. Brauchen wir noch Benzin? Ja. Zur Not, falls das Telefon fehlschlägt. Geht's in der Nähe hier. Geht's mal mit schon mal zum Haus. Seit zweitem den Strom auf. Idiot schon wieder da. Wo ist der Viersitzer von den beiden Autos? Am, am großen Haus. Ja, an der Lodge. An der Lodge. Okay, das heißt, da fehlt uns aber noch der Schlüssel dann, richtig? Ja, genau. Nur noch der Schlüssel. Wir müssen halt aus den Häusern raus holen. Dadurch, dass der bei den Strom ausgemacht hat, geht er... Gott, wo ist der? Er ist irgendwo bei mir. Er ist bei dir, dann, glaube ich, mit Taschenabend. Irgendwo bei mir. Er liegt an der Seite. Er liegt an der Seite. Ja, ist doch ein Kalkot gesehen. Links an der Seite? Was ist da von dir aus links? Süden. Da ist nichts. Ja, super. Hier oben im ersten Stock ist aber nichts. Äh, Carlo. Telefon messen. Er portet sich. Es ist immer blöd zu erklären, weil das Ding voll klein ist. Er hat sich geportet, Leute. Aber du hast die Batterie da reingebaut, ne? Was? Als Telefon. Ja, irgendwo in einem Raum innen drin. Im Erdgeschoss oder oben? Oben war das Telefon normalerweise. Er läuft im Haus rum. Ne, er läuft vorm Haus rum. Wenn er teleportiert, dann ist er außerhalb von Haus. Ich hab halt keine Waffe hier. Die können jetzt nicht ablegen. Ja, ja, wir sollten, wir sollten. Du kannst den ablegen. Es wird gedrückt halten. Ach, gedrückt halten. Okay. Dude, do you know where the Telefon is? Unterricht wieder. Sind alle voll, naja, außer Ausdauer. I have a repaired... Yeah, okay. Yeah, we can call the cops. When you know where the Telefon is. Sagt mir Bescheid, wenn der bei euch weg ist. Er ist doch hier am Ruhm zu reputieren. Er ist doch hier am Ruhm zu reputieren. Er kommt grad in unser Haus. Dann kann ich nämlich rennen. Dann bin ich schneller im Haus. Ja, der Typ, der Rocker-Typ. Ich weiß die besser rum. I think I had the car. Medizin nochmal. Ah, ich bin voll, fuck. Medizin ist egal. But Jason is outside. Komm, gib mir die Schlüssel. Jetzt aber Benzin im Haus. Hier ist der Telefon. Oh. Ich rufe die. Okay. Ich rufe mit zwei Idioten gerade. Ich rufe die Polizei. Sehr gut. Der Typ hat leider einen Schlüssel. Er hat einen Schlüssel. Ja. Vor allem, wir können ja nur zu viele kommen. Wir müssen ihn irgendwie umbringen. Ich krieg kein Fenster für das Haus. Es sind alle zu hoch. Oh, die Tür war zu. Auf der Hinterseite. Auf der Hinterseite. Auf der Hinterseite da. Einmal rum. Ich muss wirklich komplett einmal rum. Sorry. Muss ausdauerladen. Ich rufe die Schlüssel. Ja. Ja, aber wenn Jason da ist, können die nicht wegfahren. Okay. Dann hau ich jetzt ab solange. Genau. Ich bin nicht weit von euch weg. Jason ist weg vom Auto leider. Der ist immer am Auto. Ne, ne. Die kämpfen da. Ja, perfekt. Ja, ja, okay. Dann versteckt ihr euch. Ja, bin versteckt. Lasst die kämpfen. Oh, da wird jemand verbrannt. Dass wir vier in das Auto rein können. Ja. Ja, egal. Der holt den da raus. Der holt den aus dem Auto raus. Ja, aber das Auto hat einen Schlüssel, oder? Ne, ne, ne. Den muss einer haben. Ich lieg auf der Straße an der Falle, ne? An das Haus hier in der Nähe, wo ich stehe. Vielleicht ein bisschen zu weit weg vom Auto. Das muss rückzuck gehen, ne? Ich hab eine Stunned Gun. Er töten gerade alle. Ich hab ne Flair Gun. Was ist der Plan, Leute? Was ist der Plan? Einer hätte von den Idioten Jason wegloggen sollen. Damit wir da reinkommen können. Er will sich jetzt hoffentlich wegporten. Hat alle umgebracht. Ne, die eine lebt noch. Die rennt jetzt mit dem weg vielleicht. Ne, macht sie nicht. Lass sie einfach töten. Die rennt. Macht euch. Rennt die jetzt oder nicht? Ne, die kann nicht rennen. Ach, Mann. Er hat den mit dem Basie gehauen. Er hat sie gestunt. Er hat sie down gehauen. Jetzt rennt sie zu mir. Ne, sie will abhauen. Ach, shit. Er wird sie umgehen. Sie ist aber immer noch am Auto, oder? Ja, ja. Sehen wir das Auto jetzt an. Er packt sie jetzt raus. Er hat sie gepackt. Wenn er sich jetzt wegportet. Ja, pass auf. Wenn er sich jetzt wirklich wegportet mit M, rennen wir alle schnell zum Auto. Ja. Ich sehe ihn gerade. Ja, sie hat ihn gekämpft. Sie kämpft um ihr Leben und wir helfen nicht so. Jetzt ist unsere Chance. Leute, jetzt. Warte noch. Nicht zu nah. Porte dich. Komm, Jason. Porte dich. Er dreht um, oder? Ne, jetzt. Jetzt. Tommy. Jetzt. Ja, jetzt schnell ran. Ja, ich bin auf dem Weg. Komm, komm, komm. Der mit den Keys muss noch rein. Oh, shit. Ja, ja. Ich bin da. Komm, komm. Ja, Leiche, Leiche, Leiche. Es geht nicht. Ja, ja, ja. Komm. Vereil dich doch mal. Er geht doch nicht schneller, Mann. Er geht doch nicht schneller, Mann. Dann schnell einsteigen. Jeder einen Schatz nimmt damit. Ich kann nicht einsteigen. Ja, ja, ja. Ich kann nicht einsteigen. Spam, Spam, Spam. Spam, 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 Spam. Wohin? Ihr müsst sagen, wohin. Ich seh nicht. Von der Straße lang. Oh. Dann rechts. Dann gleich rechts. Rechts gleich. Rechts bleiben. Hier so bleiben. Rechts. Ja, ja, ja. Ist richtig. Ja. Und weiter, weiter, weiter. Ach, den Weg kenn ich. Der ist einfach anders gerade, ja. Fahr ruhig. Er ist vor uns. Er ist vor uns. Dodgen. Okay, und rechts. Sehr gut, sehr gut. Rechts jetzt. Rechts, 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 rechts. Und jetzt der Straße folgen. Er hat gesehen, dass wir rechts abgebogen sind. Okay, wenn der schlau... Er steht vor sich. Rechts von uns, oder? Er ist nicht vor uns. Ja, das war rechts von uns zwei, glaube ich. Er hat den weg kommen lassen, jetzt. Er kommt nicht mehr vor uns. Wir haben es überlebt. 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 Die eine hat dann um ihr Leben gekriegt. Und wenn sie umgebracht wird, rennen wir schnell ins Auto. Geil. Die Anti-Mates sind wieder wahr. Wieso? Wir sind halt unsere Gruppe hier. Ist wie bei Walking Dead. Erst habe ich die Polizei gerufen, dass die anderen kommen können. Jetzt haben wir das Auto geschnappt. Ja, ja. Ah, da ist er. Und Tommy hat jetzt seinen Schuss... Er hat den Eimer mit dem Baisy umgehauen. Er hat ihm ein Messer in den Hals gesteckt. Und jetzt wird sie verfolgen. Jetzt hauen wir ab. Warte mal, waren wir alles Frauen gerade? Ja. Also keine Liebestory. Okay. Oder eine ganz besondere. Oder eine ganz besondere Viererlaufstory. Aber die haben noch eine Chance. Guck mal, die haben noch zwei Punkte gekriegt. Der Eimer wollte unbedingt in das Auto und schießt auf uns. Ist er kein Gewehr. Ich wäre halt geopfort worden. Er war ja an meiner Seite, ey. Er hat immer noch Quaker. Aber ganz ehrlich, er ist Tommy Chavez. Ganz ehrlich. Er hat aber zwei Feierquakers, er kann ihn kommen. Er hat ja das Gewehr und die Cops sind gerufen. Er hat auf jeden Fall kein Gewehr mehr. Ja, ja. Aber er hat immer noch zwei Feierquakers, er kann ihn kommen. Erstens das. Und zweitens, wenn er nicht vor lauter Sword uns nachgeschossen hätte, hätte er noch das Gewehr auch noch gekriegt. Was ist denn jetzt? Oh, Jason ist geliebt. Jason ist geragequit. Ja, Jason ist geragequit. Aber die Folge war super lustig. Leute, lasst auf jeden Fall ein Like da und schaut mal vorbei. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.